Kolin Rooney Dschungelcamp Teilnahme für Rekordgage im Gespräch Katja Burkhardt, die bekannte RTL-Moderatorin, hat in einem Interview offen über ihr Empty Nest gesprochen und wie sehr sie unter dem Auszug ihrer Kinder leidet. Sie beschrieb das Gefühl, dass ihr Zuhause plötzlich leer und ruhig ist, nachdem ihre Kinder ausgezogen sind, als sehr schwer und emotional belastend. Burkhardt sagte, dass sie sich als Mutter immer darauf konzentriert hat, für ihre Kinder da zu sein und sie zu unterstützen, und dass der plötzliche Übergang zu einem leeren Nest eine große Veränderung in ihrem Leben darstellt. Sie betonte, dass es wichtig ist, sich selbst Zeit zu geben, um mit diesen Gefühlen umzugehen und sich langsam an die neue Situation anzupassen. Trotz der Schwierigkeiten, die das Empty Nest mit sich bringt, sagte Burkhardt auch, dass sie die Zeit nutzt, um sich auf sich selbst zu konzentrieren und neue Interessen zu entdecken. Sie ermutigt andere Eltern, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, sich nicht zu scheuen, über ihre Gefühle zu sprechen und Unterstützung von Freunden und Familie zu suchen. Insgesamt zeigt Burkhards Offenheit und Ehrlichkeit, wie wichtig es ist, über die emotionalen Herausforderungen des Empty Nest zu sprechen und sich gegenseitig zu unterstützen. Untertitelung des Emptyes